Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal von uns, von der Schlingel Community und jetzt geht es weiter mit einer weiteren Lok, aber dieses Mal, meine lieben Freunde, dieses Mal ist es eine Egg-Lok und zwar von Pokémon X. Wow, da steckt Pokémon etwa jetzt in diesem Ball drin? Aber Sanna, überleg doch mal, wo befindet sich denn dein Igamaru gerade? Ja, ich wollte gerade sagen, bist du dumm? Vor zwei Jahren hat es mir Pokémon... Ähm, weißt du? Das ist das erste Mal, dass ich mir mit einem Jungen zusammen ein Feuerwerk ansehe. So what? So what, bitch? Äh, tut mir leid. Oh man, die Stimmung, ich brauche die Stimmung kaputt, es tut mir so leid. Wenn ich diesen roten Ansuch so betrachte, dürftest du wohl ein Team, äh, ein... Oh Gott, was ist los, man? Ich bin Trovato. Ich suche auf Geheiß von Pokémon Plattern. Pokémon Plattern? Genau, Pokémon Plattern. Leute, es ist halb ein Uhr, ne? Okay, 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 ähm, äh, lass mich in Ruhe, Mann. Auf Rollerskates durch die Gegend zu sausen, ist ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht auch? Äh, naja, wenn ich Rollerskates hätte, ne? Aber Moment mal, du hast... Was sehen meine müden Augen? Du hast etwa keine Rollerskates? Das ist genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Biotz! Tackle. Okay, bitte, komm. Nuff! Huuuuh! Huuuuh! Du kleiner Bastard, Alter! Oh, ein Doppelkampf von Künstlern! Also ein Doppelkünftler... Künftler? Künftlerkanz? Genau, ein Doppelkünftlerkanz. Gegen die zwei Künftler, ähm, Leo und... Nach... Künstlerfamilie Leo und Nardo. Oh mein Gott. Die sind ja fast so gut wie ich beim Witze machen. Mr. Mega, darf ich fragen, wer dieses Mädchen ist? Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen, sie ist voll süß, ey. Vielleicht, keine Ahnung, kannst du mir mal... Ihr Facebook- oder WhatsApp-Nummer geben oder so. Können wir zusammentanzen? Ähm, ähm, äh, 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 folgendes. Um eine Mega-Entwicklung auszulösen, wird eine bestimmte Kombination an Items benötigt. Es muss außerdem ein unanschütterliches Vertrauen... Stimmt gar nicht, du kannst einfach so Mega-Entwicklung, wenn du den Stein hast. Lüge doch nicht! Du bist die ganze Zeit am Lügen. Erst klaust du uns unseren fucking... Orden, und jetzt lügst du. Äh, du bist aber schnell! Äh, 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 äh. Pokébälle sind echt fantastisch, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi Pokétastisch. Äh, äh, äh. Oh Mann. Trovato, du sparst. Kennt ihr Bluefire? Das ist eine Achterbahn im Europapark. Meine Namen werden immer beschissener, Alter. Ich wünschte, ich wäre frei wie ein Dateri. Da könnte ich fliegen, wo ich will. Äh, ja. So viele dumme Menschen in Carlos. Äh, schieb mal was rüber, Tante. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Unsere Galetten sind Restlo... Bitch! Wie bitte? Jetzt bin ich einmal hier. In fucking Illumina City. Und jetzt hast du keine Galetten mehr? Äh, was ist denn das hier hinter dir? Auf dem Tresen oder was auch immer das ist. Das braune Zeug. Sind das etwa keine Galetten? Willst du mich verarschen? Die mag uns einfach nicht, die Tante. Vor mir ragt eine Ehrfurcht, einflößende Steilwand empor. Und diese Steilwand bist du. Ja, komm, halt's Maul und gib mir deinen Arenaleiter ordne. Ja, großartigen... Willst du mich verarschen? Ich konnte nicht mal einen Schritt machen. Ich spüre eine Energie von diesen Steinen ausgehen, die meine Kräfte noch verstärkt. Und kralle zieht ihr jetzt vor den Latz. Knalle, nicht kralle. Wie lese ich kralle? Ich würde mal sagen, aus dem Weg, wir Schlampen... Get out the way! Get out the way, bitch! What? Kopfnuss? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Ich sehe aus wie ein dreckiger Penner, weil ich mich seit der Gamescom nicht mehr rasiert habe. Aber er müsste mich auch nicht anschauen. Dann machen wir halt immer eine Folge ohne Facecam. Ne? Oh, ne, 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 wow! Ey, das war doch nur Spaß, Mann. Müsste ich alles so wörtlich nehmen. Meine Güte, ey. Ich muss ja schon weiter. Was ist los mit euch? Hauen die 70er-stärke Kopfnüsse raus, die Stäb sind. Nein! Nein! Knospheratu! Sorry, Leute, dass ich hier übrigens esse. Ähm. Zu meiner Verteidigung, ich bin sehr, sehr hungrig. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Und ich gehe schon wieder falsch. Ihr spuckt bestimmt alle schon eure Bildschirme an. So. What the hell? Hör auf, mich zu krippen, Mann! Was ist... Alter, nö. Nö. Nope. Flucht gescheitert! Nein! 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 Was? Natürlich! Ein Level 18 Trassler kann nicht vor Lunarstein flüchten. Obwohl es teleporten und alles kann. Und dann stirbt es mit einem Konfusion-Krit. Oh shit, wir sind vergiftet. Oh mein Gott! Stirb, shit! Oh! Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Oh Gott, Alter. Das ist ein Tierno-Zwar... Ne, warte mal. Ein Trovato... Ne, warte mal. Tierno? Wer war nochmal Tierno und wer war Trovato? Ich verwechsel die beiden immer. Trovato war der Nerd und Tierno war der Fettsack. Okay, der ist fast so schlimm wie Tierno. Ne, Trovato. Scheiße, Alter. Digga, ich klatsche die gleich weg, ne? Ich bin so ein richtiger Pazifist, aber... Wow! Wow, 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 wow Geh mir aus den Augen, Digga. Geh mir aus den Augen. Geh mir aus den Augen. Au. Okay, kein Klick, bitte. Kein... 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 Nein! What? Megara! Megara! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What? Megara! Okay, wir gehen für den Gigasauger, er wird eh aus... Das hier geht nach Robotik! Knosferatu resistet alles, was er kann. Ich weiß, dieses Scheißviech hat super viel Death. Aber wir sind auf fucking plus 6. Dieses Ding wird nicht überleben. Unscherz Seidnah! April unmute! F specialists! God damn God damn Ja Nein, er greift an Was? Oh mein Gott, Sorok, bitte überlebe Alles oder nichts, Leute Alles oder nichts Wow Und das war's mit der Pokémon X Egglock Challenge, meine Freunde Freunde, in diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden Danke nochmal für alles und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen